Mein Name ist Lisa Lenzian. Ich bin Gemeindepädagogin im evangelischen Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein und dort zuständig für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im südlichen Sauerland rund um die Kirchengemeinde in Olpe. Immer mit an meiner Seite Begleithündin Maja. Gemeinsam fördern und fordern wir junge Menschen in der Begegnung mit sich selbst, mit anderen und mit Gott. Du glaubst, Kirche ist langweilig? Nur wenn du selbst nicht dabei bist. Fang an, dir deine Kirche zu gestalten und werde ein Teil von Projekten wie Wald- und Wiesentage, Kinderkunstwoche, Kanu-Wochenenden direkt hier am Begesee, Campingfreizeiten, Kochabenden und vielem mehr. Besonders wichtig ist uns die Gemeinschaft. Zusammenhalt, Offenheit, Respekt, Nächstenliebe und Nachhaltigkeit. Du kannst dich darin wiederfinden? Dann fühl dich herzlich eingeladen, vorbeizuschauen und ein Teil der evangelischen Jugend zu sein. Surf doch einfach mal über unsere Internetseite www.jünger-siewi-5.de und such dir das Projekt aus, was am besten zu dir passt. Anmelden, dabei sein. Denn Kirche hat eine Zukunft, wenn du anfängst, sie dir selbst zu gestalten.